Die Dachsrall-Fest Der Dachsrall-Fest Die Dachsrall-Fest Die Dachsrall-Fest Die Dachsrall-Fest Die Dachsrall-Fest Bitte gehorsamst mich an Hauptmann unterstellen zu dürfen. Meine Einheit verloren. Na schön. Und zwar Dalli! Ich bitte Herrn Hauptmann, um zu zerstellen zu dürfen. Werdet mir helfen. Wir gehen uns so. Die wollen also ihr Soldbuch nicht herzeigen? Wenn ich dann auch um ihre Papiere bitten darf. Bei uns fällt es bestimmt noch ein. Ich bin Hauptmann Herold. Auf die Kampfgruppe, Herold! Die兵liche Kraft haben als Hitler geflogen. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Kein Zweifel an seiner Befugnis? Heil Hitler! Erschießen. Die war zu lang. Aber jetzt passt sie ja wieder, Gott sei Dank, Herr Hauptmann.